Hallo, hier ist Alex. In diesem Video geht es um das Thema CFD und Forex Trading üben. Mit richtigem CFD und Forex Trading kann man enorm hohe Gewinne erreichen, aber auch enorm hohe Verluste. Einsteigern rate ich daher entschieden von diesen hochriskanten Spekulationen ab. Es gibt aber eine Möglichkeit für Interessenten, sich risikolos ein Bild vom CFD und Forex Trading zu machen. Und zwar mit einem Demokonto. Damit kann man den riskanten Handel mit Spielgeld ausprobieren. Die erzielten Gewinne und Verluste sind hier nicht echt. Und ganz wichtig, auch wenn man mit einem Demokonto hohe Gewinne erreicht, sollte man nicht so euphorisch sein. Oft ist das einfach nur Glück. Mit Spielgeld handelt es sich außerdem viel einfacher und lockerer. Steht dagegen echtes Geld auf dem Spiel, sind der Druck und die Angst viel größer. Aber wo kann man denn überhaupt so ein Demokonto eröffnen? Klickt einfach auf den Link unter diesem Video. Dort stelle ich zwei Anbieter vor, wo es ein kostenloses Demokonto gibt. Ich freue mich auf euren Besuch. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Alex. Okay, Kinkgold! Also, ich freue mich auf die